Ich arbeite sehr gern bei SEMA, weil wir ein super Team hier sind aus erfahrenen Mitarbeitern, sowie sehr viel jungen Mitarbeitern und weil wir sehr moderne Entwicklungsmethoden verwenden, wie zum Beispiel Design Thinking Workshops. Wir arbeiten mit neuesten Technologien. Wir haben agile Software-Projektmanagement. Es bietet sich eben die Chance da wirklich an der Speerspitze der Technologie mitzuarbeiten. Also was mir an SEMA sehr gut gefällt, sind zum einen meine Kollegen, das ist also quasi wie eine kleine Familie hier. Bei uns hier unten ist es halt wirklich so, dass der Support, die Entwicklung und die Product Owner alle quasi in einem Geschoss sitzen und dadurch sind eben die Wege sehr sehr kurz und dadurch auch sehr sehr effektiv. Ich bin selber gelernte Zimmerer, habe dort auch zehn Jahre in einer Zimmerei gearbeitet und bin dann über die Arbeitsvorbereitung zur Firma SEMA gekommen, denn wir haben dort auch das SEMA-Programm eingesetzt. Ich bin seit 16 Jahren bei der Firma SEMA. Wir sind alle vom gleichen Beruf, also die meisten hier haben Zimmermann gelernt. Ich bin vor 22 Jahren als Zimmermann zur Firma SEMA gekommen. Sie haben damals einen Kundenbetreuer besucht. Ich habe mich für diese Stelle beworben und seitdem arbeite ich für die Firma SEMA in den verschiedenen Abteilungen. Man kann sich bei der Firma SEMA auf flache Hierarchien, auf familiäre Atmosphäre und entspanntes Arbeiten in bester Lage freuen. Beglein. 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 Vielen Dank.